Volleyball ist eine Mannschaftssportart aus der Gruppe der Rückschlagspiele, bei der sich zwei Mannschaften mit jeweils sechs Spielern auf einem durch ein Netz geteilten Spielfeld gegenüberstehen. Ziel des Spiels ist es, den Volleyball über das Netz auf den Boden der gegnerischen Spielfeldhälfte zu spielen und zu verhindern. Das Gleiche ist dem Gegner gelingt bzw. die gegnerische Mannschaft zu einem Fehlversuch zu zwingen. Eine Mannschaft darf den Ball zuzüglich zum Block dreimal in Folge berühren, um ihn zurückzuspielen. Üblicherweise wird der Ball mit den Händen oder den Armen gespielt. Erlaubt sind seit einigen Jahren alle Körperteile, auch die Füße. Volleyball stammt aus den Vereinigten Staaten und wird nahezu weltweit ausgeübt. Der Volleyball-Weltverband FIVB repräsentiert 220 Nationen. Die führenden Nationen am Beginn des 21. Jahrhunderts sind Brasilien, die USA, Italien und Russland. Danach folgen Japan, Serbien, Polen, Kuba, China und Deutschland. Nach Schätzungen der FIVB beteiligen sich heute ein Sechstel aller Menschen weltweit aktiv oder als Zuschauer am Volleyball. Geschichte Im Februar 1895 entwickelte William G. Morgan ein Sportdirektor des YMCA in Holyoke ein Spiel namens Mintnette als Zeitvertreib für ältere Vereinsmitglieder. Es galt als sanfte Alternative zum Basketball, das im 16 Kilometer entfernten Springfield vier Jahre zuvor entstanden war. Die Hallensportart enthielt charakteristische Elemente aus Tennis und Handball. Morgen verfasste auch die ersten Regeln. Diese sahen ein 25 Fuß mal 50 Fuß großes Feld und ein 6 Fuß 6 Zoll hohes Netz vor. Die Zahl der Spieler war ebenso unbegrenzt wie die Zahl der erlaubten Ballkontakte. Bei einem Fehlaufschlag gab es wie beim Tennis einen zweiten Versuch. Anlässlich einer Konferenz aller Sportdirektoren des YMCA in Springfield zu Beginn des Jahres 1896 wurde das Spiel vorgestellt und fand die Zustimmung der Kollegen. Da das Spielgerät direkt also Volley gespielt wird, schlug Professor Alfred T. Halstedt den Namen Volleyball vor. Der Vorschlag wurde angenommen und so heißt das Spiel bis heute, wobei der Name seit 1952 in einem Wort geschrieben wird. Bei den Regeln gab es später einige Änderungen. In den folgenden Jahren verbreitete sich die Sportart in die ganze Welt. Zunächst kamen sie im Jahr 1900 nach Kanada und anschließend nach Asien. Amerikanische Soldaten führten sie während des Ersten Weltkriegs in Osteuropa ein, wo sie sich zu einem sehr populären Sport entwickelte. Bis zum Zusammenbruch des Ostblocks dominierten Mannschaften aus Ländern wie der Sowjetunion und Tschechoslowakei die Sportart in Europa. In den 1910er Jahren wurde in den USA erstmals die heutzutage gültige Anzahl von sechs Spielern pro Mannschaft und drei Ballkontakten nacheinander eingeführt. Bei den Olympischen Spielen 1924 wurde Volleyball als Demonstrationssportart vorgestellt. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts verbreitete sich die Sportart über den gesamten Kontinent. Die Gründung der FIVB 1947 und die wenig später erstmals stattfindenden Volleyball-Weltmeisterschaften waren weitere wichtige Schritte zur Etablierung. Viele Techniken und Taktiken, die den modernen Volleyball prägen, wurden von europäischen Mannschaften eingeführt. Beispiele hierfür sind der Block und das Baggern, die die Tschechoslowakei 1938 bzw. 1958 ins Spiel brachte, der Hinterfeldangriff. Den Polen erstmals 1974 zeigte und das 5-1-System, mit dem die Sowjetunion spielte. Organisation und Wettbewerbe Der Internationale Verband, die Federation Internationale de Volleyball, wurde 1947 in Paris gegründet. Die FIVB, deren Hauptsitz sich mittlerweile in Lausanne befindet, legt die international gültigen Regeln der Sportart fest. Zwei Jahre nach der Gründung des obersten Volleyballverbandes fand in Prag die erste Weltmeisterschaft der Männer statt. 1952 folgte das erste WM-Turnier der Frauen. Die Weltmeisterschaften wurden zunächst von der Sowjetunion und anderen Ostblockstaaten dominiert. Erfolgreichste Mannschaften der WM-Geschichte sind Russland, Brasilien und Italien bei den Männern sowie Russland, Japan und Kuba bei den Frauen. Seit 1964 in Tokio gehört Volleyball zum offiziellen Programm der Olympischen Spiele. Bei den Turnieren dominierten zunächst ebenfalls die Teilnehmer aus Osteuropa und Japan. Aktuelle Olympiasieger sind die russischen Männer und die brasilianischen Frauen. Die FIVB organisiert außerdem die Wettbewerbe im World Cup, in der Weltliga und im World Grand Prix. Der FIVB sind fünf Continental-Verbände untergeordnet. Dies sind die Confederation African de Volleyball für Afrika, die Asian Volleyball Confederation für Asien und Ozeanien, die Confederation European de Volleyball für Europa, die North Central America and Caribbean Volleyball Confederation für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik und die Confederation Sudamericana de Volleyball für Südamerika. Die CEV wurde 1963 gegründet. Sie hat ihren Hauptsitz in Luxemburg. Volleyball-Europameisterschaften gab es schon lange vor Gründung der CEV. Die ersten Turniere fanden 1948 bei den Männern und ein Jahr später bei den Frauen statt. Die Sowjetunion gewann bis zu ihrer Auflösung 1991 insgesamt 25 der 34 EM-Turniere. Nach zwei EM-Titeln für die DDR-Frauen gab es bei den letzten beiden EM-Turnieren jeweils Silber für die deutschen Frauen. Neben der Europameisterschaft veranstaltet die CEV Qualifikations-Turniere für Wettbewerbe der FIVB. Auf Vereinsebene organisiert die CEV die Europapokal-Wettbewerbe. Der höchste Europapokal ist die Champions League. Danach folgen der CEV-Pokal und der Challenge Cup. Der CEV gehören 55 nationale Verbände an. Dazu gehören der Deutsche Volleyballverband, der Österreichische Volleyballverband und der Schweizer Verband Swissvolley. Der DVV organisiert den deutschen Volleyball auf nationaler Ebene. Die wichtigsten Wettbewerbe sind die Deutsche Volleyball-Bundesliga, die von der zum DVV gehörenden VBL veranstaltet wird und seit 1974 die deutschen Meister ermittelt, sowie der DVV-Pokal. Außerdem betreut der DVV die deutschen Nationalmannschaften. Spielfläche Die Spielfläche umfasst das Spielfeld und die Freizone außerhalb dessen. Ein Volleyballfeld ist 18 Meter lang und 9 Meter breit, so dass jede Mannschaft auf einer Feldhälfte in der Größe von 9 x 9 Meter spielt. Die Feldhälften werden durch die Mittellinie getrennt. Netz und Pfosten Das Netz befindet sich zwischen den Feldhälften, genau über der Mittellinie. Es wird so befestigt, dass die obere Kante bei Männern 2,43 Meter, bei Frauen 2,24 Meter und in Mixbewerben 2,35 Meter über dem Boden hängt. Für den Nachwuchsbereich sind noch weitere Höhen festgelegt. Das Netz selbst ist einen Meter hoch und 9,5 bis 10 Meter breit, so dass es auf jeder Seite 25 bis 50 Zentimeter über die Seitenlinien des Feldes hinausragt. Ober- und Unterkante des Netzes werden jeweils durch ein Band gekennzeichnet. Zur besseren Kennzeichnung der seitlichen Begrenzungen ist an jeder Seite direkt über den Seitenlinien ein Seitenband senkrecht am Netz befestigt. Darüber ragt jeweils ein Stab, die sogenannte Antenne, 80 Zentimeter hoch. Die Antennen dürfen während des Spieles weder vom Ball noch von einem Spieler berührt werden und dienen als linke und rechte Begrenzung des Überquerungssektors, innerhalb dessen der Ball über das Netz gespielt werden muss. Die Antennen werden gedanklich unbegrenzt nach oben verlängert. Das Netz muss straff gespannt sein. Da eine Netzberührung durch den Ball keinen Fehler darstellt und der Ball nach dem Zurückprallen weitergespielt werden darf, sofern der Mannschaft noch mindestens eine Ballberührung verblieben ist. Die quadratischen Maschen des Netzes haben eine Seitenlänge von 10 Zentimeter. Sie bestanden früher aus dunkelbraunem oder schwarzem Leinengarn, mittlerweile sind sie aus Chemiefaser. Die Pfosten zum Befestigen des Netzes sind 0,5 bis 1 Meter außerhalb des Feldes angebracht, bei internationalen Wettbewerben genau einen Meter. Direkt unter dem Netz verläuft die Mittellinie. Daran schließen sich die Vorderzonen an, die in jeweils drei Metern Abstand durch die Angriffslinien begrenzt werden. Der restliche Teil des Spielfeldes bis zu den Grundlinien sind die Hinterzonen. An den Seiten wird das Spielfeld von den Seitenlinien begrenzt. Alle Linien eines Volleyballfeldes sind 5 Zentimeter breit. Das Spielfeld ist von einer mindestens 3 Meter breiten Freizone umgeben, in der der Ball ebenfalls gespielt werden darf. Für Spiele in der Halle wird ein insgesamt 8 Meter hoher Innenraum empfohlen, in dem sich im Raum über der Spielfläche keine störenden Hindernisse, wie Basketballkörbe oder Ringe, befinden sollten. Hinter der Grundlinie befindet sich die Aufschlagzone. Hinter dieser muss das Service ausgeführt werden. Seitlich ist diese durch die verlängert gedachten Seitenlinien begrenzt. An einer Seite des Feldes, vor dem Tisch der Schreiber und den Betreuer und Spielerbänken, befinden sich, von der Mittellinie weg gesehen, die Auswechselsinn und die Austauschzonen der Liberos. Die Auswechselsinn ist der Aufenthaltsort des zweiten Schiedsrichters während des Spiels. Bei internationalen Wettbewerben gibt es zusätzlich 3x3 Meter große Aufwärmzonen außerhalb der Freizone. Im wettbewerbsmäßigen Spielbetrieb werden, angesichts der begrenzten Möglichkeiten vieler kleinerer Vereine von den Volleyballverbänden in unterklassigeren Ligen, geringere Anforderungen an die räumlichen Abmessungen gestellt als in höheren Spielklassen. Ball Hauptartikel Der Wiederspiel genannte Volleyball war bis 1998 einfarbig und hell. Seither darf er auch aus einer Kombination von Farben bestehen. Er besteht außen aus nahtlosem, leicht aufgepolstertem Leder oder Kunststoff mit einer luftgefüllten Gummiblase im Inneren. Mit einem Umfang von 65 bis 67 cm und einem Gewicht von 260 bis 280 g ist der Volleyball kleiner und deutlich leichter als ein Basketball oder ein Fußball. Der Innendruck muss zwischen 0,300 und 0,325 kp betragen. Die Marke der Spielbälle wird von den nationalen Volleyballverbänden für ihren Zuständigkeitsbereich festgelegt. Im internationalen Bereich gibt es mehrere zugelassene Spielbälle, die sich in Kleinigkeiten bezüglich Farbe und Materialbeschaffenheit unterscheiden. Die allgemeinen Grundsätze bezüglich Umfang und Gewicht sind bei allen diesen Bällen gleich. Mannschaft Eine Mannschaft besteht aus sechs bis zwölf Spielern. Die sechs Spieler, die in der Anfangsaufstellung stehen, bezeichnet man als Startspieler oder auch Starting Six. Die Startaufstellung der Mannschaft bestimmt die Rotationsfolge der Spieler auf dem Feld, die für die Dauer des jeweiligen Satzes gilt. Die Spieler auf den Positionen zwei bis vier nennt man Vorderspieler, die auf Positionen eins, fünf und sechs Hinterspieler. Bekommt eine Mannschaft das Aufschlagsrecht, so rotieren ihre Spieler um eine Position im Uhrzeigersinn. Dadurch rückt beispielsweise der Spieler, der zuvor auf Position zwei Uhr nachts nett stand, nun auf Position eins und wird damit zum Aufschläger für sein Team. Diese Position beim Aufschlag behält die Mannschaft so lange bei, bis sie das verlorene Aufschlagrecht zurückgewinnt. Obwohl diese Rotationsregelung dafür sorgt, dass jeder Spieler während des Spielverlaufs beständig alle Positionen durchläuft, wird im Liga-Betrieb im Allgemeinen mit festen Aufgabenverteilungen gespielt. Dies ist möglich, da die Mannschaften die vorgeschriebene Aufstellung nur beim Aufschlag einnehmen müssen. Sobald der Ball die Hand des Aufschlägers verlassen hat, dürfen die Spieler sich entsprechend den vom Trainer zugewiesenen Aufgaben auf dem Feld positionieren. Erst wenn der Ballwechsel beendet ist, müssen sie vor dem nächsten Aufschlag wieder ihre korrekte Position gemäß der Rotationsfolge einnehmen. Dabei muss der jeweilige Vorderspieler vor seinem Pader im Rückraum stehen, also muss Spieler zwei zum Beispiel vor Spieler eins stehen. Ebenso müssen sich die jeweiligen Vorder- und Hinterspieler entsprechend der Reihenfolge aufstellen. So muss zum Beispiel Spieler eins rechts neben Spieler sechs stehen. Die Positionen der Spieler werden anhand der Füße bestimmt. Bei jedem Vorderspieler muss ein Teil eines seiner Füße näher an der Mittellinie sein als die Füße des jeweiligen Hinterspielers. Jeder Außenspieler muss mindestens mit einem Teil eines Fußes näher an der Seitenlinie sein als der Mittelspieler der jeweiligen Reihe. Üblicherweise werden die Aufgaben in einer Mannschaft auf zwei Mittelblocker, zwei Außenangreifer und zwei Zuspieler oder einen Zuspieler und einen Diagonalspieler verteilt. Die Hauptaufgaben des Mittelblockers sind das Blockspiel auf allen drei vorderen Positionen und der Schnellangriff durch die Mitte. Angriffe über den Mittelblocker bezeichnet man auch als erstes Tempo, da das Zuspiel über kurze Distanzen gespielt wird. Angriffe von außen durch lange Zuspiele nennt man hingegen zweites Tempo. Übliche Varianten des Schneller-Gips in höheren Spielklassen sind der Aufsteiger, vorne oder hinten und der Schuss. Die Position des Außenangreifers wird auch als Annahme außen bezeichnet, da sie zwei Aufgaben vereint. Der Außenangreifer greift von der linken Seite des Feldes aus an und ist auch für die Annahme zuständig. Außerdem stellt er den Block auf seiner Feldseite. Hauptaufgabe des Zuspielers ist es, den angenommenen oder abgewehrten Ball mit der zweiten Ballberührung des Teams seinen Angreifern zuzuspielen. Durch das sogenannte Läufersystem gelangt der Zuspieler immer auf die Position, von der aus er am besten stellen kann, meist Position zweite. Der Diagonalspieler steht spiegelbildlich zum eigenen Zuspieler. In den höheren Spielklassen ist der Diagonalspieler in der Regel Hauptangreifer, vor allem bei den Männern. Er wird selten in der Annahme eingesetzt und greift immer über die Position zwei oder eins an. In den unteren Spielklassen wird der Diagonalspieler häufig als Nebenzuspieler eingesetzt, der Bälle zuspielt, die beispielsweise der Zuspieler angenommen hat. Der Einsatz des Diagonalspielers hängt stark von der Annahmequalität der Mannschaft sowie den Fähigkeiten des Zuspielers ab, da der Diagonalspieler nur durch Überkopfanspiel wirkungsvoll eingesetzt werden kann. Spieler, die am Anfang des Ballwechsels im Hinterfeld stehen, werden meist ebenfalls mit speziellen Aufgaben betraut und wechseln daher nach dem Aufschlag schnellstmöglich auf ihre vorgesehenen Hinterfeldpositionen. Der Libero ist ein Spezialist für Annahme und Abwehr. Er darf von wo auch immer Angriffsschläge nur durchführen, wenn sich der Ball unterhalb der Netzoberkante befindet. Nach seinem oberen Zuspiel in der Angriffszone darf er der Mitspieler seinen Angriff ebenfalls nicht oberhalb der Netzkante ausführen. Das gilt auch für Angriffe aus dem Hinterfeld. Er folgt jedoch sein oberes Zuspiel hinter der Angriffslinie, bestehen beim Angriff keine Einschränkungen. Der Libero darf außerdem keinen Block oder Blockversuch sowie keinen Aufschlag ausführen. Die Position wurde erst 1998 in den Regeln festgeschrieben. Der Spieler unterscheidet sich durch ein andersfarbiges Trikot vom Rest der Mannschaft. Als Universalspieler werden solche Spieler bezeichnet, die aufgrund ihrer Fähigkeiten mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben betraut und daher auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden können. Punkt Punkt Pro Satz und Mannschaft sind sechs Auswechslungen erlaubt. Start- und Einwechselspieler bilden dabei ein festes exklusives Tandem. Sobald ein Spieler für einen anderen eingewechselt wurde, kann er auch nur für diesen wieder ausgewechselt werden, mit Ausnahme des Liberos. Danach ist in diesem Satz für diese beiden Spieler das Wechselkontingent erschöpft, mit der Folge, dass der Startspieler den Satz zu Ende spielen und der Ersatzspieler bis zum nächsten Satz auf der Bank Platz nehmen muss. Er darf nach seiner Auswechslung auch nicht für einen anderen Startspieler eingesetzt werden. Unabhängig davon darf der Libero auf den drei Rückraumpositionen beliebig oft ein- und ausgetauscht werden. Eine Ausnahme von diesen Bestimmungen besteht allerdings für den Fall, dass sich ein im Spiel befindlicher Spieler verletzt und nicht mehr weiterspielen kann. Auf dem Spielberichtsbogen ist hier Mannschaft Platz für die Eintragung von zwölf Spielern. Zusätzlich zu den sechs Startspielern können demnach auf der Ersatzbank maximal weitere sechs Spieler sitzen und zum Einsatz kommen. Untertitelung des ZDF für die Eintragung des ZDF,